So, wir hatten aber letztes Mal eigentlich gesprochen über das Quotienten- und das Wurzelkriterium und waren an der Stelle stehen geblieben, dass wir uns ein Beispiel angeschaut haben und ich habe Ihnen gesagt, wir gucken uns noch ein paar andere Beispiele an. Genau, das tun wir jetzt auch. Also die, nochmal zur Erinnerung, bei diesen beiden Kriterien geht es immer nur darum zu erkennen, ob eine Reihe konvergiert und nicht gegen was. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es wird hin und her gesprungen zwischen Reihen und Folgen, was nach meiner Erfahrung für die meisten die Hauptschwierigkeit ist. Sie haben eine Reihe, von der wollen Sie wissen, ob sie konvergiert. Sie betrachten eine Folge, die sich ergibt daraus, dass Sie sich bestimmte Dinge anschauen, die aus den Reihengliedern, aus den Reihensummanden entstehen. Von dieser Folge schauen Sie sich die Konvergenz an und diese Konvergenz sagt dann etwas über die Konvergenz der Reihe aus. Das ist so ein Hin- und Herspringen zwischen den Begriffen. Beispiele. So eine Reihe hier zum Beispiel. Wenn Sie von der wissen wollen, ob die konvergiert, dann würde es halt naheliegen, sowas wie entweder das Quotienten- oder das Wurzelkriterium anzuwenden. Dieser Term, der hier steht, ist ja unser a n. Und bei dem Wurzelkriterium tauchen ja lauter solche Werte auf. Sie nehmen von a n den Betrag und daraus die n-te Wurzel. Und bei dem Quotienten-Kriterium tauchen solche Werte auf. Sie nehmen den nächsten Wert und den jetzigen Wert sozusagen und dividieren die durcheinander. Und Ihre erste Entscheidung sollte immer sein, welches von beiden wende ich überhaupt an. Und die hängt natürlich damit zusammen, was kann man überhaupt ausrechnen sinnvollerweise. Also gerade bei Reihen, die nicht so kompliziert sind und die in unseren Zusammenhängen hier auftauchen, ist es meistens so, dass sich eine Sache mehr oder weniger anbietet. Wenn Sie sich diesen Term hier angucken und überlegen, was ist hier wohl einfacher? Das sieht ja wohl so aus, als sollte man hier das Wurzelkriterium nehmen, weil hier ja schon was hoch n steht. Und daraus die n-te Wurzel zu ziehen, sollte jetzt nicht so schwer sein. Man könnte vielleicht hier auch mit dividieren anfangen, aber wenn hier im Wesentlichen irgendwas hoch n steht, dann ist das natürlich eigentlich klar. Es gibt einen kleinen Haken noch an der Sache. Hier steht ja immer so ein Betrachtstrich. Da müssen Sie sich erstmal schon so ein bisschen Gedanken drüber machen. Wir haben jetzt schon Beispiele gehabt, wo die Reihenterme, die Reihenglieder alle positiv waren. Dann kann man einfach sagen, kann ich weglassen. Das ist hier aber ja nicht unbedingt der Fall. Wenn Sie zum Beispiel n gleich 1 einsetzen, dann steht hier ein Drittel minus 1. Und wenn Sie n gleich 2 einsetzen, steht hier ein Drittel minus 1 durch Wurzel 2. Das sind negative Terme. Was mache ich denn da jetzt? Dieser Wert hier rechts, 1 durch Wurzel n. Was passiert denn mit dem, wenn n größer wird? Das haben Sie ja schon gesagt. Und zwar wird der wirklich in jedem Schritt kleiner und nicht mehr größer. Das heißt, es dauert nicht lange, bis das, was hier rechts steht, kleiner als ein Drittel ist. Warten Sie einfach, bis n gleich 9 ist. Dann steht hier ein Drittel. Bei n gleich 10 ist es dann kleiner als ein Drittel. Und danach bleibt es auch kleiner als ein Drittel. Also spätestens ab n gleich 10 ist der Wert, der hier abgezogen wird, kleiner als ein Drittel. Das heißt, spätestens ab n gleich 10 ist der Term, der hier steht, positiv. Mit anderen Worten, fast alle Terme, die hier stehen, sind positiv. Darum brauchen Sie sich über den Betrag keine Gedanken zu machen. Das ist eigentlich immer positiv. Es geht ja nur um die Konvergenz der Folge. Aber man muss schon erstmal drüber nachgedacht haben. Ich will also folgendes ausrechnen. Den Betrag von diesem Ding hier. Und daraus die Ente Wurzel. Und solange der Betragsstrich hier steht, kann ich das nicht einfach so machen. Aber, weil fast alle Terme hier positiv sind, kann ich das dann doch wieder machen. Also fast alle, schreibe ich hier mal drüber. Dann steht hier nur noch das. So, und jetzt habe ich einen positiven Term hoch n, daraus die Ente Wurzel. Das hebt sich einfach auf. Also steht hier einfach ein Drittel minus 1 durch Wurzel n. Und davon muss ich jetzt mir die Konvergenz anschauen. Das heißt, ich muss gucken, was passiert hiermit, wenn n gegen unendlich geht, als Folge. Das können Sie mir sagen, gegen was das geht. Ein Drittel, genau. Weil dies hier ja immer größer wird. Also geht das hier gegen 0. Das geht also gegen ein Drittel. Und dieses ein Drittel ist jetzt unser roh, haben wir das genannt in dem Quotientenkriterium. Und ein Drittel ist ein Wert, der kleiner als 1 ist. Woraus folgt, dass diese Reihe hier, um die es uns eigentlich ging, nach dem Wurzelkriterium absolut konvergiert. Absolut sogar. Nee, das war ja, Sie entsinnen sich. Letztes Mal hatte ich gesagt, der Anfangswert spielt eine Rolle dafür, was als Wert der Reihe rauskommt, aber nicht für deren Konvergenz. Ja, also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt bei 1 oder bei 42 anfange, kommen unterschiedliche Zahlen raus. Aber konvergieren tut sie entweder oder nicht. Weil da der Anfang keine Rolle spielt. Das heißt ja nur, zähle ich noch irgendwas dazu oder lasse ich das weg. Aber wichtig ist ja immer, was am Ende passiert. Und wie gesagt, es geht bei dem, überhaupt bei diesen ganzen Kriterien, nur um die Frage, ja oder nein, sondern nicht um den Wert, der noch rauskommt. Den wissen wir nicht. Das hat mit diesem 1 Drittel nichts zu tun. Ja, ein Drittel hat nichts damit zu tun, was hier nachher rauskommt. Das sagt uns nur aus, dass es konvergiert. Dass es überhaupt einen Sinn ergeben würde, darüber sich Gedanken zu machen, was da wohl rauskommen würde. Das sollte dann aber vielleicht besser Maple mal ausrechnen. So, nächstes Beispiel. Was würden Sie denn hier machen? N zum Quadrat. Genau, N zum Quadrat ist der Exponent. Auch N mal N genannt. Was ist leichter? Was glauben Sie, was leichter ist? Hier raus die N-te Wurzel zu ziehen oder das zu dividieren? Also man kann das auch dividieren, aber das ist nicht so einfach, weil da oben dann ja aus dem N Quadrat ja N plus 1 zum Quadrat wird. Also wenn Sie das dividieren wollen, dann steht hier, das ist unser Term A N hier, dann müssen Sie ja hier einsetzen N plus 1 durch N plus 2 hoch N plus 1 zum Quadrat geteilt durch N durch N plus 1 hoch N zum Quadrat. Das kann man ausrechnen, aber so einfach finde ich sieht das nicht aus. Also ich glaube, da bietet sich doch eher an das Wurzelkriterium erst mal zu probieren. Machen wir mal das Wurzelkriterium. Das ist alles positiv, müssen wir aber den Betragsstrich nicht nachdenken. Also müssen wir aus diesem Ding hier die N-te Wurzel nehmen. Hier steht N durch N plus 1 hoch N Quadrat und ich schreibe das jetzt gleich mal anders. Hoch N Quadrat heißt ja hoch N mal N beziehungsweise hoch N und nochmal hoch N können Sie ja auch so schreiben. Also steht hier hoch N und dann nochmal hoch N. Und daraus sollen Sie jetzt die N-te Wurzel nehmen nach dem Wurzelkriterium. Und das ist ja ganz entzückend, weil Sie hier ja nur einmal die N-te Wurzel wegstreichen müssen, heben Sie sich ja gegenseitig auf. Also bleibt hier nur noch übrig N durch N plus 1 hoch N. Und nun? Was passiert, wenn das gegen unendlich geht? Ja. Das haben wir in der letzten Stunde gehabt. Das ist doch, hier steht doch, wenn Sie das umdrehen, steht doch hier N plus 1 durch N und das ist doch nichts anderes als 1 plus 1 durch N. Und das ganze hoch N geht durch E und wenn Sie hier den Kehrwert haben, geht es durch 1 durch E. Das haben wir doch in der letzten Stunde gerade gehabt. 1 durch E. Das ist ein Wert, der kleiner als 1 ist und mehr brauchen wir ja auch nicht für das Kriterium. Also können wir hier wieder einen dicken Haken ran machen und sagen, diese Reihe konvergiert absolut. So, das ist jetzt was, wo man, wenn man da die Ente-Wurzel ziehen will, schon so ein bisschen auf dem Schlauch steht, weil oben aus dem 2 hoch N kann man natürlich ganz locker die Ente-Wurzel ziehen, aber aus N-Fakultät die Ente-Wurzel, hm, 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 so. Ist nicht so ganz klar, was damit passieren würde. Aber wiederum hier das Quotienten-Kriterium anzuwenden, ist nicht so schwer. Wir müssen uns nur klar machen, was wir eigentlich tun müssen. Dieses hier ist A N und wir müssen ja für das Quotienten-Kriterium bilden A N plus 1 geteilt durch A N. Erster Schritt ist, wir brauchen in diesem Fall die Betragsstriche nicht, weil das ja alles positiv ist. Also müssen wir nur ausrechnen A N plus 1 durch A N und das müssen wir jetzt mal hinschreiben. Da werden dann gerne mal Fehler gemacht, zum Beispiel der Klassiker, wie ich schon öfter sagte, Klammern vergessen. Sie müssen jetzt ja in dem Term hier oben, überall wo N steht, N plus 1 hinschreiben für den Zähler. Also im Zähler steht jetzt 2 hoch N plus 1 statt N geteilt durch N plus 1 Fakultät. Also N plus 1 und davon die Fakultät. Das ist das, was oben steht und unten steht A N. Das können Sie einfach abschreiben. 2 hoch N geteilt durch N Fakultät. Und jetzt müssen Sie einfach ein bisschen rechnen. Meistens kann man, wenn man das Quotienten-Kriterium anwendet und wenn das passt, ganz gut kürzen. Aber man muss natürlich schon verstehen, was man da tut. Also hier haben wir den Fall vorliegen, dass Sie zwei Brüche durcheinander dividieren. Das heißt, mit dem Kehrwert mal nehmen. Sie entsinnen sich. Also schreiben wir das vielleicht mal so hin. Mal, mit dem Kehrwert mal nehmen. Dann steht hier N Fakultät durch 2 hoch N. So und jetzt ist das erstmal ein komplizierter Ausdruck, aber da kann man schon einiges sehen, was man sofort wegkürzen kann. Vielleicht helfen Sie mir da mal ein bisschen. Ich schreibe es nochmal auf zwei verschiedene Arten hin, damit Ihnen das klar ist. Die eine Möglichkeit ist, sich klar zu machen, als wir über die Fakultät zum ersten Mal gesprochen haben, haben wir gesagt, man kann die auch rekursiv definieren. Also N plus 1 Fakultät ist N plus 1 mal N Fakultät. Das ist die rekursive Definition. Dann steht hier unten N plus 1 mal N Fakultät und hier oben steht N Fakultät. Können Sie die beiden N Fakultät wegkürzen, bleibt nur noch N plus 1 übrig, so wie Sie es eben gesagt haben. Sie können aber auch sich einfach Folgendes vorstellen. Oben im Zähler steht N Fakultät, da steht also 1 mal, 2 mal, 3 mal und so weiter mal N und unten im Nenner steht N plus 1 Fakultät, da steht also 1 mal, 2 mal, 3 mal und so weiter mal N mal N plus 1 und die können Sie natürlich alle gegeneinander kürzen. Die 1 gegen die 1, die 2 gegen die 2, die 3 gegen die 3 und so weiter bis zum N. Dann bleibt auch nur noch N plus 1 übrig. Also wie immer Sie das machen, Sie können das gegen das kürzen und dann bleibt hier nur noch N plus 1 stehen. Mit Klammern natürlich. Also unten haben wir schon mal N plus 1, aber wir sind ja noch nicht fertig. Diese beiden können wir sicherlich auch noch irgendwie kürzen, oder? Ja, bei dem 2 hoch N plus 1 kann man eigentlich sagen, 2 hoch N mal 2 hoch 1 und 2 hoch N könnten wir dann wegkürzen, dann hätten wir noch 2 hoch 1, also 2 über. Genau, das ist alles. Also hier steht 2 mal, 2 mal, 2 mal, 2 mal, 2 mal und das steht N plus 1 mal da und hier unten steht auch lauter 2 mal, 2 mal, 2 mal, 2 mal, aber einmal weniger. Wenn ich die also alle gegen einer wegkürze, bleibt oben einer mehr als unten übrig, hier oben steht eine 2, dann habe ich hier 2 durch N plus 1 und auf einmal ist das ganz einfach, was da steht. Das geht nämlich gegen, und das ist so einfach, da will keiner antworten, das geht gegen 0 und das ist kleiner als 1, also konvergiert das. Und weißt du, schön, jetzt machen wir noch einen. 2 hoch N mal N-Fakultät durch N hoch N. Welches Kriterium sollen wir nehmen? Was schlagen Sie vor? Quotienten, ja, ist ja schon mal ein Quotient, vielleicht probieren wir es mal mit dem Prozentenkriterium. Also im Zähler steht all das hier oben, wo wir jeweils N durch N plus 1 ersetzt haben. 2 hoch N plus 1 mal N plus 1 Fakultät geteilt durch N plus 1 hoch N plus 1. Na, hoch. Und im Nenner steht, das brauche ich einfach abzuschreiben, 2 hoch N mal N-Fakultät durch N hoch N. Jetzt erstmal wieder da einen Bruch draus machen, durch den Kehrwert, also mit dem Kehrwert multiplizieren. Das heißt, dieses hier oben kann ich abschreiben, 2 hoch N plus 1 mal N plus 1 Fakultät. Und ich sortiere das jetzt gleich mal ein bisschen. Dies hier unten schreibe ich hier mal hin. Und entsprechend die Werte vom Kehrwert, man sieht ja schon, wie das enden wird, schreibe ich hier dann auch entsprechend drunter. 2 hoch N mal N-Fakultät und dann bleibt noch dieses N hoch N übrig, was jetzt hier nach oben wandert. Jetzt haben wir schon die so ein bisschen paarweise zusammengestellt. und einige von den Sachen sehen wir ja schon, die kannten wir ja schon. Das haben wir eben gerade schon gemacht. Dieses hier, da ergibt sich oben wieder 2. Hier kann ich also 2 schon mal hinschreiben. hier habe ich N plus 1 Fakultät oben und N-Fakultät unten. Also habe ich N plus 1 nur noch übrig. 2 mal N plus 1. Aber hier, das wirkt jetzt ein bisschen schwieriger. Was würden Sie denn hier sagen, was man damit machen kann? Machen wir das doch. Schreiben wir das hier unten nochmal ab. N plus 1 hoch N. Dann habe ich hier einen vergessen, mal N plus 1. So, jetzt stimmt es wieder. Und oben, das ziehe ich einfach weiter, hier steht N hoch N. und dann können Sie das hier wegkürzen. So. Jetzt haben Sie die 2, ziehen wir mal nach vorne, 2 mal und jetzt steht hier oben N hoch N durch N plus 1 hoch N. Und jetzt? Ja? Jetzt kann man das N hier wieder rausziehen. Ich werde jetzt ja mal hoch N, wenn man das mal erstattet. Dann steht hier 2 mal N durch N plus 1 hoch N. und jetzt? Dann kommt 2 durch E. Also wenn es gegen bei der N Moment geht. Das ist das Ding, was wir eben gerade hatten. Das ist 1 durch E. Das geht jetzt gegen 2 durch E. Also 2 mal 1 durch E gleich 2 durch E. Und zum Glück ist E immer noch ein bisschen größer als 2. Also geht das Ganze auch gegen einen Wert, der kleiner als 1 ist. Hat auch gerade noch so geklappt. Ja? Ja. Jetzt machen wir mal eins, wo es nicht klappt. Es ist gar nicht so leicht, für diese Kriterien Beispiele zu finden, wo es nicht klappt, bei denen man nicht sowieso schon gleich sieht, dass es nicht klappt. Aber das kann natürlich im Prinzip gar nicht schaden. Wenn Sie Beispiele haben wollen, wo es nicht klappt, dann ist zum Beispiel, können Sie hier einfach umdrehen. Ja? Ganz simpel. Dieses Ding hier, 2 hoch N durch N-Fakultät, wenn Sie stattdessen das hier betrachten, N gleich 0 bis und endlich N-Fakultät durch 2 hoch N. Jetzt wenden Sie wieder das Quotientenkriterium an, genau wie eben, machen genau die gleiche Rechnung wie eben, dann kam ja bei dem hier oben eben raus, dass das geht gegen 2 durch N plus 1. Wenn Sie jetzt die ganze Rechnung umgedreht durchführen, dann geht das gegen N plus 1 durch 2, also es konvergiert nicht mal, darum nach Quotientenkriterium konvergiert die Reihe nicht. Also Sie können das sofort als Gegenbeispiel nehmen, um zu zeigen, dass das nicht klappt. Die ganze Sache hat nur einen Haken. Das hätten Sie so schon gesehen, dass das nicht klappt. Weil Sie entsinnen sich ja, wir hatten ja noch dieses Nullfolgenkriterium und das war ein notwendiges Kriterium, das sagte, damit diese Reihe überhaupt konvergieren kann, muss diese Folge hier gegen Null gehen. Und dass diese Folge hier nicht gegen Null geht, das wissen wir ja schon. Weil oben der Zähler, die Fakultät, schneller wächst als unten das 2 hoch N. Wissen Sie noch? Das haben wir vor einer Woche mal gehabt. Hier oben steht einmal, zweimal, dreimal und so weiter bis 100 und hier unten steht zweimal, 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 zweihundertmal und das wird natürlich oben immer größer als das unten. Darum, das, was ich jetzt hier blau eingekringelt habe, als Folge betrachtet, ist keine Nullfolge. Darum brauchen Sie dann gar keinen Quotienten- oder Wurzelkriterium mehr. Können Sie sofort sagen, das brauche ich gar nicht mehr weiterzurechnen, das kann gar nicht konvergieren. Und das ist bei den meisten Beispielen so, aber trotzdem gibt es einen schönen Klassiker, den ich Ihnen ohnehin zeigen muss, bei dem Ihnen diese Kriterien nicht weiterhelfen. Wir nehmen mal eine Reihe, die wir schon kennen. Das ist wichtig, das mal gesehen zu haben. Die harmonische Reihe ist ja die hier, von der wissen wir schon, dass sie nicht konvergiert. Aber wir können jetzt ja mal testweise auf diese harmonische Reihe das Quotienten- Quotienten-Kriterium anwenden. Nur mal so spaßeshalber. Quotienten-Kriterium. Also ich schreibe hier noch mal hin, harmonische Reihe. Und in Klammern zur Erinnerung, dass die nicht konvergiert. Das machen wir jetzt also nur als Test. Und jetzt, wenn wir das Quotienten-Kriterium anwenden wollen, dann würden wir sagen, das, was hier unten steht, ist unser a n. Das heißt, wir würden jetzt ausrechnen a n plus 1 durch a n. Betragsstriche brauche ich nicht, weil das alles positiv ist. Also muss ich hier oben hinschreiben 1 durch n plus 1. Und hier unten muss ich hinschreiben 1 durch n. Mit dem Kehrwert malen nehmen, dann habe ich hier n durch n plus 1. Und das geht gegen 1. Das ist doch das Ding, haben wir schon mehrfach gesehen, dieses Ding, aber ich schreibe es Ihnen nochmal anders hin, dann sieht man es vielleicht deutlicher. Das hier ist doch dasselbe wie n plus 1 minus 1 durch n plus 1. Und dafür können Sie doch schreiben 1 minus 1 durch n plus 1. Und dann sehen Sie, Sie haben 1 minus einen Term, der gegen 0 geht. Und das Ganze geht natürlich gegen 1. und das Quotientenkriterium, das Gemeinde am Quotientenkriterium ist ja, wenn der Grenzwert gegen das hier geht, gegen den das hier geht, kleiner als 1 ist, dann konvergiert die Reihe. Wenn der Grenzwert gegen den das hier geht, größer als 1 ist, konvergiert sie nicht. Wenn der Grenzwert 1 ist, sind wir wieder beim Start und wissen gar nichts. Und das ist genau hier der Fall. Also wir können in diesem Fall an dem Quotientenkriterium gar nichts erkennen. Wir wissen zwar schon, dass sie nicht konvergiert, aber das Kriterium hilft uns nichts. Und man sollte nicht den Denkfehler machen, zu sagen, diese Werte, die hier stehen, die sind ja alle kleiner als 1. Das reicht nicht, wie Sie an diesem Beispiel sehen. Es geht um den Grenzwert. Und der ist eben nicht kleiner als 1. zum Spielen mal ein paar Reihen, bei denen Sie jeweils entscheiden sollen, ob die konvergieren oder nicht mit den Methoden, die Sie bisher gelernt haben. Ich will die jetzt nicht nochmal alle vorrechnen, aber ich sage nochmal kurz was dazu. Die ersten beiden konvergieren beide und in beiden Fällen, weil ich so nett bin, hätte man die sowohl mit dem Quotienten als auch mit dem Wurzelkriterium machen können. Hätte beides funktioniert. Aber vielleicht kann mir einer von Ihnen nochmal sagen, zur dritten irgendwas. Hilft Ihnen nicht, ne? Leider. Aber wie gesagt, man kann daran sehen, dass es nicht gegen Null geht, dass man das gar nicht weiter untersuchen muss.